Ja, das ist erstmal Neuland für mich. Ich muss erstmal mitgefahren sein. Ich sehe das Teil, das habe ich noch nie gesehen. Deswegen wollte ich auch mal mitfahren, die Runde. Und mal gucken, was da passiert. Das mobile Transport wird für viele Leute, das glaube ich. Absolut. Wahrscheinlich wird das auch bald auf den Straßen sein, weil es wird ja schon getestet. Bis zum nächsten Mal.